hallo und willkommen zurück so wir sind mal wieder am alten spielstand nicht wundern und wir sind in dem mitteldorf irgendwie sind alle ziemlich unzufrieden hatte ich nicht nachvollziehen kann also selbst wenn ich alles hochsetze ich habe ich mal was runtergesetzt weil gesundheit ich habe jetzt keine medizin also also alle sind ziemlich bockig warum auch immer alle haben allerdings jobs oder haben wohnungen das versuche ich jetzt mal rauszukriegen gleich ich will bloß einmal weil gerade jahreswechsel war die klassischen sachen abgrasen also einmal den händler oder händlerin einmal in die wägen oder wagen und hoffen dass hier was drin ist ein paar neue schuhe was können die denn fußbekleidung holzern damit erhöhtem absatz luxus wo ist das schulwerk für die arbeit im freien ich habe auch sehen ich habe irgendwo in der kiste so ganz schicke sachen vielleicht zieht ihr einfach mal an mache ich auf dicke hose ja irgendwie ist der händler oder die händlerin nicht da hat jetzt gehofft dass hier rum springt das ist so schlecht ich habe jetzt auch nicht mehr so viel von diesen holz dingern dann werde ich jetzt einfach nur noch mal moment ich immer noch mal ein paar steine mit falls sie wieder alles verbraucht haben vielleicht sind die deswegen so sauer weil ich nicht noch steine im lager habe also so ganz folgen kann ich dem nicht deswegen glaube ich auch fast dass wir wahrscheinlich mal im neuen spielstand einfach weiterspielen werden denn ich habe jetzt auch keine bauprojekte mehr übrig ich habe alle projekte erledigt da 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 auch da oben ist irgendwas was ist das was sind es die tempel weiß nicht ob das die tempel sind moment wieder sind baustellen moment aber warum kann ich die denn dann nicht zu ordnen weil ich sie noch nicht angefangen habe okay also haben wir doch ein ziel wir werden uns zu den baustellen begeben vorher mache ich aber ein bisschen geld habe ich gerade was habe ich sicher nicht mal auch holzstamm mit denn also ich habe meines wissens nach waren es mehr als fünf baustellen fertig und habe nur zwei legenden level geschafft also so wie es dann aussieht werden wird man dann alle baustellen fertig haben um 21 zu erreichen und ich denke mal danach ist auch schluss vom level was aber unser haken ist halt die mine bzw der steinbruch oder wie man es immer nennen möchte da kann man dann erz und steine abbauen ich gehe davon aus dass die leute die schon in einem alpha spielstand in der vorversion anfangen konnten das schon hatten und deswegen in ihrem spielstand das schon stand wenn in meinem spielstand jetzt zu warten dass endlich mal das freigeschaltet wird ist ziemlich leidig so was jetzt gerade ein bisschen wir haben auch keiner verstehe okay okay ich verstehe das problem moment die haben keine heute nichts zum heizen gleich mal kurz lösen das problem und danach machen wir weiter sie verbrauchen hier ohne ende so viel kann ich ja gar nicht herstellen deshalb auch im neuen spielstand quasi manchmal man bringt das verhältnis genau hin dass erstmal das dorf läuft und der der die baustelle dann die spezial der baustelle bedient sollte über sein über dem was normal fix notwendig fürs dorf ist dann wächst man sich da langsam rein ich war ein wenig zu zeit zu zügig glaube ich dann haben sie auch alles verbraucht was hier weiter oben war bis zum winter muss ich da auf jeden fall noch mal richtig nachlegen so 45 freien voll mit heizmaterial mal gucken ob sie dann glücklicher sind so außer ein paar deko sachen konnte ich jetzt auch mit dem level fortschrift nicht viel mehr bauen hätte das ist nicht zu viel sonst passt ja nichts mehr rein mach mal die die hälfte hier alle bretter und das war schon gut dann werden sie auch alle sterne verbraucht haben locker und sogar das ganze baumaterial jetzt hier kann das jetzt mal dazu das heißt rausgeschmissen wo ist denn hin schon ein paar mal passiert dass ich dann plötzlich aus meinem inventar schmeiße ach so bei der ort ist gelandet so habe ich jetzt hier noch ich lasse sie mal hier und machen die gleichen bretter bloß so tage lohnt sich das jetzt mir noch mal geld zu machen im dorf oder die bretter mitzunehmen für die für die nächste baustelle die sollten wir dann mal anfangen stöcker habe ich jetzt auch keine mehr fällt mir gerade auf wir haben sie alle verbraucht nein dann mache ich mal das dass das ich glaube ich kann daraus auch stöcker machen jeweils nicht so viel wie ich dachte doch da kommen mehr stöcker raus aber nun gut ich stelle mal hier die 61 her es geht schnell und was an brettern übrig ist nehmen wir mit so 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 ein bisschen lasse ich euch mal leiden müsst ihr das echte spiel sehen und ich mache hier nicht nur ein blankes entertainment um so eine show zu liefern sondern ihr sollt das spiel auch erleben in seiner ganzen pracht auch in seinen negativen situation moment jetzt guck ich mal naja ein bisschen was ist noch da geblieben also ganz haben sie nicht alles verbraucht ok und ich hab ja das benutzen sie lustigerweise auch zum heizner wenn man das anklickt erledigt das erledigt das heizen für die bewohner und soll das halt so sein die schuhe ich glaub hier war das irgendwo im moment das da steht da von dorfburgern getragen allgemeines lager luxus das ziehen wir uns mal an haben wir noch einen schicken hut den haben wir einen anderen hut habe ich jetzt so nicht parat oder ich könnte so eine maske aufsetzen aber ich weiß nicht ob die jetzt cool ist ist ein alter mann ist auch ein alter mann nicht irgendwo diese rote maske doch da ja gucken wir mal ich probier mal jetzt einmal an moment und die hofer kehren hier ich weiß ob die für frauen sind hm ich hab eine gute frage ist das jetzt schick oder nicht schick also die schuhe sind ein bisschen gewinnerungsbedürftig hm ich weiß nicht ob ich so aussehen möchte ich bin da noch eher klassisch pack das hier mal rein wenn sie sich freuen haben sie luxus wo könnte noch ein paar coolere haben aber das wird so reichen und ein neues schwert bräuchten wir auf jeden fall ach das ist ein neues schwert ok und einen neuen speer haben wir auch obwohl das zwei verschiedene sind glaube ich das ist ein fukuriari und jagdnahkampf das ist ein omiyari hm der ist irgendwie mehr wert der untere aus stahl ach so der ist aus eisen der andere ist aus stahl ok na gut also ab ins dorf und dann weiter richtung baustelle glaube da sehen wir uns in einem ok ok ich musste jetzt mal kurz abbrechen weil irgendwie hat er den ton von einem lauten motorrad oder mofav oder vom fenster mitgenommen ok ähm da ist auch ein frage zeichen hallo frage zeichen wenn es jetzt wieder irgendein bettler ist oder irgendjemand der bei uns einziehen möchte dann muss ich ihm leider nein sagen können wir nicht ok das ist kein bandit ja den kann ich leider nicht mitnehmen das tut mir auch leid aber ist so was ist denn das für eine anzeige gewesen gerade warum kommt hier eine baustelle angezeigt aber die ist irgendwo irgendwo hm also ich werde jetzt mal richtung resten gehen ne da lang nochmal so lang so dann müsste das dorf kommen ja wir haben hier nämlich schon zu viele bewohner halt einmal was zu essen mitnehmen falls uns gleich das essen ausgeht haben wir dann wenigstens noch drei pilze das schräge ist dass hier teilweise hier ein flüchtling sitzen kann ganz ganz ruhig und entspannt und danach holt uns nebenan direkt neben dem flüchtling ein wildschwein die greifen die mpcs natürlich nicht an sondern bei uns ist manchmal ein bisschen schräg weil man sich natürlich dann in sicherheit wiegt oder vielleicht ein gespräch anfängt so wo ist hier ein händler wo muss immer noch mal ein bisschen geld machen und vielleicht was schönes kaufen halt na aber essen fisch kaufen wir alles alles was er hat gib mir all deine nahrung so und nun verkaufen wir ihm hier brettchen diese paddel 700 ich glaube noch verkaufen das ist ein stroh so jetzt sind wir reich und arm welcher war das jetzt der dass sie sich beim handeln bewegen müssen das ist irgendwie so ein bisschen ja so wirst der andere 24 28 in die richtung hier gibt es bestimmt auch noch stellen wo man sachen sachen einsacken kann aber die habe ich bis jetzt noch nicht so gut gefunden ok da ist der zweite händler was hat der oh wir können die baustelle bauen dann werde ich mal alle mitnehmen nämlich damit kriegen wir die baustelle fertig und es ist stahl noch mal stahl noch mal stahl theoretisch würde ich das auch gerne mitnehmen nehm ich so sind wir aber schon mal los geworden sind wir auch los geworden und das passt nicht mehr aber das ist natürlich premium jetzt haben wir eigentlich quasi das Problem gelöst hm könnte ich mir noch die steine abkaufen sind 50 soll er dafür haben ne 2 ich würde sagen kostet bloß 2 was ist denn wenn ich ihm das abkaufe Moment ich bin genau 70 abknöpfen so ich verkaufe ihn davon eins jetzt habe ich ein ganzes gold und wir sind gut aufgestellt ok gut ich beende die folge bringen wir das ganze zeug zurück und dann werden wir uns nämlich wieder sehen hier an der baustelle weil da fehlen uns nur diese steine und dann können wir diese baustelle fertig stellen und dann zum spezial objekt immer zuteilen also bis zur nächsten folge danke euch bis demnächst bis zum bis zum bis zum bis zum